Wir müssen... Ah, guck mal, wo sind wir da? Ich geh mal kurz rein und mach... Ja, du... Ah, ja, gut. Das geht doch nicht auch. Ooooooh. Die sind da rum, spart uns, ey. Oh, lebst du noch? Ja. Alter, hier ist so ein Granatentypen. Ah, so schnell das Herz hier nehmen. Was immer das auch ist. Ich glaub, das haben wir noch nie gemacht. Das kommt mir ja nicht bekannt vor. Ach doch, doch kommt mir bekannt vor. Du wirst dich freuen. Leul, sind grad drei Granaten an mir vorbeigeflogen. Ach, das schon wieder. Ich hoffe, das war es wert. Hast du die Beine? Ich glaube nicht so. Leul, wie ich dich mit dem gekloppt fand. Wie ich dich jetzt mit dem gekloppt sind im Auto. Wie geil das war. Aber's ist es. Dann sind die Ausstellung das Morristie hoch im Auto. Wie gehst du dich aus? Was ich mit dem, was ich in die Art sagstrasz? Ich habe ihn mit ihm. Du gehst, der beineut. Ich habe ihn noch nicht gehalten. Ich bin das. Back off, I'm a professional! Ich kann ihm halt schön eine scheuern, warte, hier. Ah, jetzt wieder nicht mehr. Warte, ich kann ihn ja nochmal in Rage bringen, dann kannst du ihn noch einen reißdressen. Ah, wenn ich dem so eine scheuere, dann kann ich den noch weiterhauen. Wie das so aussieht, Mann? Wie so aus, ich erhebe nur so klatsch, klatsch. Das mache ich wohl, der da in der Zwischenzeit an dir rumknabbert, ne? Wie an mich rumknabbert. Ja, der schlägt dich immer und ich muss den dann halt davon abhalten, dass der dich weiter angreift. Deswegen... Jetzt scheuere ich ihm noch einen, Achtung. Fuck. Jetzt greift er dich wieder an. Das ist schon lustig. Guck mal, wir sind jetzt im... ...Zombie-Gebiet. Ich bin fast down, ne? Der Tick hat mich fast durchgeklopft. Warum bist du ein Tick, Kitty? Ich hab circa... Oha... Vielleicht noch 10. ...Live, wenn ich wieder den Klopf fände. Das ist geil. Ich regeneriere auch kein Life mehr, ne? Wahrscheinlich, wenn ich tot bin, ist die Mission gelaufen. ...Kindlich, dass das ist, nicht wahr? Ich liebe dich, Fotografen! Wir müssen das wohl mal geschafft haben, der Balken ist losvoll. Ja, nur wenn der mich klopft, haust der Auto halt sonst wo hin, ne? weil ich war und er hat so nichts ich kann nicht nur darauf achten für den der Kloppe er hat So, fahr mal... LOL, was geht denn ab? LOL! LOL! Was ist denn los? Du solltest mal lieber fahren. Egal! Guck doch wie das Auto steht! Ja, das war der erste Versuch. Ich seh gar nix mehr. Ich hab nur Tränen in den Augen, man. Oh, das war geil. Oh, ich bin nur so fertig, ey. Ich sorg dafür, dass der dich nicht anknabbert und du fährst uns in den Tod hier. Was ist denn da los? Ja, sehr witzig. Ich fahr euch in den Tod. Der war im Rage. Das heißt, wie... Oh, wie konnte ich den Tod nicht benutzen? Oh, wie du den hast, den eingetrauschen hast, ey. Das war herrlich. Wie der so... so ein hässlicher Astiger Sticker da hinten drin auf den Tiger streichelt, ey. Ich weiß doch gar nicht, was ich dafür machen muss, um den Tiger bei Laude zu halten. Was muss ich machen? Ne, ne, aber irgendwie kriegt er ja Mut. Was ist denn Mut? Ne, das ist... entweder mein oder dein Mut. Aber wie steigern sie denn den Mut? Das will ich wissen. Wenn er dich nicht haut. Ich glaube nicht, dass du das bis damals zu tun hast. Aber genau das muss ich halt verhindern mit den Streicherattacken. Ich bin nicht auf dem Weg. Ich bin nicht auf dem Weg. Ich bin nicht auf dem Weg. Toll. Ja, äh... Ich bin nicht auf dem Weg. Ich bin nicht auf dem Weg. Ja, äh... Ich bin nicht auf dem Weg. Ach, scheiße. Eieieieieiei. Was ist da los? Ja, bei mir steht längst da das Fahrzeug zerstört. Ach so. Na dann wird das wohl stimmen. Okay, okay. Ich drehe ihn jetzt weg. Jetzt kann ich hier wieder richtig spielen. Genau, mach mal hin. Ich mag keinen Tiger mehr streichen. Ich weiß gar nicht was ich... Ach komm, dafür kann ich doch nichts. Wenn das Auto auf einmal einen Schlenker macht, wenn nicht der Tiger klopft. Wie dieser Tee geschlagen. Kann gar nichts dafür. Ich kann da nichts dafür. Ich fahr gerade aus. Aber du machst einen Schlenker. Ich fahr voll in den Gegenverkehr rein. Und du hattest uns auf die Seite. Wir müssen so einen Highway suchen oder was? Wo wir nur... ...einseitigen Verkehr haben. Überall diese Tier-Aktivisten-Wichser. Überall diese Tier-Aktivisten-Wichser. Tier-Aktivisten-Wichser. Der Tiger ist nicht in Gefahr hier. Nein, keine Klauen. Lol, die Rage war komplett weg. Warum haut er dich? Nice kitty. Die Klauen. Die Klauen. Da oben ist der Verkehr. Da müssten wir hin. Bei uns nach Hause. Komm schon. Gebt dir Mühe. Hey. Ich kann da nichts dafür. Hast du das jetzt gesehen? Dann hat es einen Schlenker gemacht und bin ich auf dem Dach. Das war's. Klasse. Hauptsache du kannst weiter den Tiger kloppen. Ich kann da echt nichts dafür. Komm jetzt streng dich doch mal an mit dem Tiger. Das tobe ist, der haut dich immer. Und erst dann geht mein Minispiel los, dass ich ihn da streicheln kann. Ja. Also ich hab nicht das Gefühl, dass ich das wirklich verhindern kann. Weißt du? Naja, schon klar. Hab mir schon gedacht. Okay. Also jetzt haben wir hier einen Highway. Jetzt ist es nur ein bisschen einfacher. Das war wieder haarscharf. Das war wieder haarscharf. Aber jetzt war das Minispiel fertig und der haut dich da nach. Also was mach ich hier eigentlich? Oh, schon wieder. Wird dir denn irgendwas angezeigt? Erfolgreich abgeschlossen oder irgendwie sowas? Ja, es kommt halt immer wieder. Naja, schon klar. Jetzt aufwärh. Jetzt красstlair, Jetzt raus. Ziss. Jetzt raus. Nicht 돌� Akstuaert. ich glaube wir haben es geschafft oh gott sei dank haben wir jetzt das tiger auge oder auto oder was schon ich will es haben gar nichts freigeschaltet ich halte dich bitte an das ist ganz schön schnell hier das ding Ja, ja. Ich bin so mit im Moment, ach da. Ich glaube, ich habe mich festgefahren. Aktivität unbekannt habe ich hier. Ich mache mal ein GPS drauf. Und zwar ist das ganze in der Nähe. Du musst es nach rechts. Ach so, okay. Ach so, den Wabblad müssen wir auch mal bei Gelegenheit. Das müssen wir nach dem nächsten Auftrag machen. Hey, der zerrt mich gleich raus. Bei mir steht da keiner bei dir. Wo müssen wir lang? Da, hier runter, links. Was? Hast du dich nicht geschnallt? Guck mal Hupe, passiert da irgendwas? Dass du die Kähmaschine anschmeißt oder sowas? Ach so. Raus, raus, raus. Ja. Ist halt kein gepanzertes Kriegsfahrzeug, ne? Dabei sah es fast auch noch aus. Oh, hier, wir nehmen den, komm. Du wirst dich an das machen. Oh, oh, oh. Du wirst dich an das verabschieden. Du wirst dich an das verabschieden. Oh, oh, oh! Tu didn't make mich bis zum vorge home. So, immer noch geradeaus! Rechts ist ein Gebäude zum Kaufen. Geradeaus weiter, passt doch? Du siehst das doch da auf dem Minimap, das, das Dollar Symbol. irgendwo hier muss es sein haben wir hier nicht angefangen ist das nicht diese gasse glaube ich glaube nicht ganz was denn oh ich hab kurz so eine scheiß fanate geschmissen oh tue ich schau aber warum kommen wir denn hier nicht rein haben wir doch schon am anfang am anfang wo wir angefangen haben habe ich mir gewünscht dass wir hier in diesen in diesen kinder laden kinder spielzeugladen rein können das ist eine schade verursacht für eine kämpfe da kann man auch nicht rein schade oh guck mal hier geil was dann? hier was dann? wo ich hin schaue hast du dir das noch gar nicht aufgefallen? nein meinst du man bleibt da drin stecken wenn man da in den schlitz springt? ja wir wollen ein bisschen weiter, dein navi wartet schon ganz ungeduldig haben wir wieder ein heli am arsch was ist denn hier? ich trage doch mal ins auto ein rechts müssen wir hinter uns rechts rechts Was ist hier mit dem Panzer auch so schwarz-weiß? Ja, weißt du genau, was ich gesagt habe? Wir werden nie dort ankommen. Hier ist es, nee, ist es nicht. Aber es ist auch eine. Auto sieht schon cool aus. Raus, raus, raus. Erinnere mich ein bisschen an Dirt, das Auto. So, jetzt nicht mehr. Na doch, manchmal sah ich schon auch so aus. So. Ja, ich denke, hier ist nicht mehr. ankommen hier toll, der hat sich so toll angehört was hat sich toll angehört, die hier geradeaus die sirene, du hast sie einfach kaputt gemacht hat sich so toll angehört das denn wir wissen es noch nicht oh nice helikopter time das ist ja geil mit der zielerfassung oh wieder keine muka an, das gibt es doch gar nicht und die Vorsicht! Let's make them think I'm casing the docks up here. Schau mal auf auf mich zu schießen. I don't think this is working too well. Hm, maybe something more noticeable will work better. ...forced Eddie Kilbane prior to 3,000 before. Yeah, I'm a badass! ...was changed forever. People are too damn sorry. Some guy takes a bad bump and hire the one who gets to Mexico. Jealousy, that's what I mean. I don't think it's all true. It is just a matter of fact. And to dictate each of your legends as the tag team, the pair are always mad at me. But when we came to the States, ...I don't think I can fly under the bridge. Woran erinnert sich das hier? Guck mal auf, wenn ich hier unter der Brücke durchfliege. Woran erinnert sich das? Na? In Battlefield haben wir das mal gemacht. Hm, Terminator 2, man! Was geht denn mit dir? Weißt du, wie oft ich schon irgendwo mit dem Heli unter der Brücke durchgeflogen bin? Das ist egal, Mann! Das ist Terminator, Mann! Du schießt mich schon wieder. Ja, tut mir leid. Du schießt mich schon wieder, Mann! In einem touchenden, can't miss TV-Special, wir schauen uns an die Leben der Engel-Diener, und in der Schöne-Diener, und in der Schöne-Diener, und in der Schöne-Diener, und in der Schöne-Diener, die Geschichte der Pail-Riders. Ja, wie weit ist es denn noch? Letzter할őd件 viece, The hit is there about to, Oh, der Helikopter hier gefällt mir am besten, übrigens. Oh, das ist schon cool. Heli oben. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nein, ich glaube nicht. Oder doch. Oder doch. Doch. Gott sei Dank. Aber wenigstens kann ich ja selber was machen in der Mission. Ah ja. Ich bin manchmal blöd, aber ich würde es gern weg, warum kann man das nicht wechseln? Ja, langsam. So, haben wir einen neuen Heli. Wieder Schlag auf Schlag. Rumi ist gleich direkt noch ein Gebäude zum kaufen. Wunderbar. Oder eine Geldballette. Ich bin wieder im Gebäude drin gespawnt. Ah, ne. Hier gehst du durch die Wand. Ah. Aber kommst du hier auch durch? Ne, ich bin auch unter der Straße. Loll. Naja, du machst das schon, ne? Komm ja nicht raus. Wie das denn immer schaffst du, ey. Ach, Mann. Komm ja nicht mehr raus. Es ist überall da, wo die wirkliche Welt beginnt, habe ich eine unsichtbare Wand. Weil mich quasi negativ dieses Levels bewegen. Yo, wir haben gehört, was Zemos machte mit den Unionizingen der Mädchen und wir wollen in. Aber du musst den Morgenstern aussehen, die uns erst zu sehen. Ey, ich bleib hier stehen. Connecte halt dann neu. Du musst halt zu mir fahren, ich bleib hier bei der Geldballette. Ach, Mann. Ist doch doof. Kannst du so nachschauen, oder möchte ich neu einladen? So gehen. Okay. 23 Stunden sind das schon. Hihi. So, ich warte hier auf dich. Weil hier ist die Geldballette, damit du sie auch kriegst. Ah, guck mal an. Ich bin hier in unserer Villa, wo wir die Mädels rumgeworfen haben. Und wer steht hier neben mir? Direkt im Schlafzimmer. Der Bier? Ja. Nee. Woher soll ich wissen, wer das hier ist? Unser süßes Kätzlein. Ach, sexy Kätzchen. Jetzt bleib ich einfach mal hier, würde ich sagen. Du machst das schon, oder? Ja gut, wenn er die Ballette nicht will, dann geh ich jetzt weg hier. Na gut, ich komme. Nimm ein Flugzeug oder so. Bisschen schneller her. Wenn es geht. Oder, oder, also dürfte... Ach guck mal, wir haben auch die hier noch als Begleiter, ne? Wird mir noch angezeigt, rechts oben. Die ist noch aktiv. Du... Die müsste allerdings jetzt an dich gebunden sein. Seelen gebunden quasi. Aus W.U.W. Let's pretend to special orders. I could use a pair of rhinestone assless chaps. Und bring schönes Auto mit. Also, oder das Flugzeug halt, je nachdem. Damit wir gleich zum Auftrag fahren können. Ja, jetzt hab ich einen Einsitzer dabei. Das ist natürlich nett. Kann ja nochmal eins holen gehen. Loll, wie sind die jetzt so schnell hierher gekommen? Ja, kannst du mal sehen, ne? Die steht hier einfach rum. Die ist schon auf Zack, Mann. Die ist wie Oleg, weißt du? Die musst du nicht überall mitnehmen. Und Pierce an der Hand nehmen und sowas. Ja, dann hol ich mal noch ein Fahrzeug. Hol mal die Ballette schnell. Wo denn? Na, hinterm Hockerbeute müsste sein. Müsste ja auch angezeigt werden als Dollar-Symbol. Ja, hier liegt's, aber wurde nicht angezeigt. Sehr merkwürdig. Das ist ja natürlich, in der Tat merkwürdig. Warum wird dir das angezeigt? Oh, das ist ja wirklich Geld, ne? Ja. Oder waren das auch Drogen? Nee, das ist ne Geldballette. Na, das ist zwar kein cooles Auto, was ich geholt hab, aber... Jetzt müssen wir's nehmen. Oder du kannst ja nicht zum Auftrag gehen und annehmen, ne? Wenn du hier schon am Fliegen bist. Weißt du ja gar nicht wo, welchen du da jetzt angewählt hast. Achso, ja. Was? Okay, das war's. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr angezeigt. Ich glaub ich war zu langsam. Na gut, dann können wir einen neuen nehmen. Wo geh'n wir denn jetzt hin? Map. Äh... Wieso sind wir denn im Moment? Ach da. wird einmal zu friendly feier gehen wir hier kaufen ich habe mal markiert laden gleich um die ecke mit fahren oder was soll ich fliege hier sind doch ein fan irgendwo oder zumindest eine kamera wird mir angezeigt aber wo hier wird mir ein fan angezeigt aber der wird mir gar nicht so angezeigt was du meinst mir auch nicht so angezeigt vielleicht haben wir den schon naja aber dann wäre nicht farbig ich habe ich vielleicht auch hinter dem haus irgendwie nicht so aber endlich sprinten ist geil das neue ist dieser ausdauer verspende reiner durch diesen langsam auf dem zeiger gegangen ich sehe den fan auch nicht sehen nur auf der minimap nördlich so hier müsste der tool-laden sein und den müssten wir eigentlich noch kaufen yo yeah 10% Rabatt naja so ich suche schon mal weiter was haben wir denn noch? haben wir noch was zu kaufen? ja plastische Chirurgie haben wir auch noch nicht gekauft gleich hier einfach die straße runter dein begleiter ist tot machst du? na na klar na klar ja danke die rückendeckung naja habe ich gemerkt Auto kaputt geschossen als ich umgeflogen bin rückendeckung soo das nächste Fahrzeug äh Gebäude zum kaufen schnäppscher schnäppscher das ist so geil wenn du einen Meter zu hoch landest also grad zwei Meter in der Luft bist dann fängt der so mit einer Rolle nach hinten ab und macht so einen Bauchklatsch auf den Boden achso oh jetzt ist das kaputt und soo nächstes Gebäude du bist kaputt gemacht natürlich jetzt wird mir der Fan angezeigt ah mir auch dann komm her drücken wir gleichzeitig los 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 ja ging es bei dir jetzt nicht? ne hast du es bekommen trotzdem? ne das ist doch arg so was ja ich dachte man muss es nicht hundertprozentig zu den Boden drücken weißt du was ich meine? so Werkstatt zum kaufen so ich guck schon mal auf die Karte kann man denn noch in der Nähe das haben wir schon im Besitz ach hier ist noch eine Immobilie ich mach mal GPS hin so du hast keinen Platz auf deinem Motorrad jetzt jetzt ohhh ohhh hohohohoh wie das polizei beruf wird geflogen ist ne was kann man denn hier schickers kaufen? ne Lagerhalle da ist bestimmt ne Garage hat auch 8000 gekostet hat auch 8000 gekostet glaube ich 6000 na 6000 ich weiß nicht ne ich weiß nicht was das ist wäre das mit dem in dem Raum schießen weißt du und nicht auf Phantans und sowas das ist wieder mit dem Auto glaube ich oder? ich weiß nicht mal gucken ne ah cool Ist hart, ne? Soll schwer sein, angeblich. Haben wir noch irgendwo Schilder? Soll ich jetzt hin? Achso, endlich Granaten. Cool. Welches Geschenk kriegst du dann? Vielleicht hätte einer drüben lang gehen sollen. Machs mal. Oh, das Geschenk ist bei mir auf meiner Seite. Ich warte auf dich. Oh nein, nicht Big Guy. Oh, doch Big Guy, Mann. Anata! So. Mit dem anderen könnte man jetzt finishmogen. Wenn du schon drüben bist. Wo denn? Seh ich nicht. Ah, der ist jetzt tot an der Tür. Okay. Noch einer. In your face, Mann. Ahm. Geh weg da, Granate. Oh, lol, ey. Alter, wie hätt ich das zurechtklopft, ich bin zu klump, ey. Ach komm, ich kann da gar nichts machen, verdammt nochmal. LOL, ich kann da gar nichts machen, der hat mich festgenagelt, dann haut der mich einfach zu klump, der Penner. Ich muss fragen, wie viele das waren, da müssen wir vielleicht einfach nur durch. Es gibt halt so viele Punkte, so einen fetten Hütten zu klump zu hauen, ne? Es waren jetzt vier oder fünf am Ende, ne? Ja. Davor haben wir ja schon drei gekillt. Der Leader of the Saints is back for more. Das ist richtig, Bobby. Der Leader of the Saints is back for more. So far, this contestant is done pretty well, Zach. Well, this will be the toughest arena so far for the Saints' capital. Ein Geschenk haben wir schon da. It's a beast, all right. If anyone can get through with both legs still attached, it's this contestant. Oh, ich habe ein paar Tage ungenüttetet. Also, wenn man da pipe in a Menschen sagen, einen Präsentation hat. Es ist ein guter Bedeutung. would man sehen? Ich sehe die Presse, Zach! Ich sehe die Presse, Zach! Wir sehen uns dort einen Podolgen gegen eineananarne so oft. Okay, hier geht's! Und dann hier kommt der Big Guy! Oh, Geschenk nehme ich mir mal. Was ist das? Ach cool, die Laserkanone. Ich bin schon wieder fast down, nein. Was hast du für Geschenke bekommen? Ich habe es irgendwie nicht gesehen. Ich habe jetzt Pumpgun, Plasma-Gewehr, die doppelte Schrotflinte und ein Basie. Oh, das sieht richtig schön buggy aus. Oh, guck mal, wir lassen es mal durch. Wir haben schon ein Haufen Geld. Ich schätze mal, das wird noch nicht die letzte Arena gewesen sein. Oder hoffe ich jetzt zumindest mal. LOL, äh, wie der mich mal wieder packt. Ich komme ganz weg. Hinter dir, hinter dir. Naja, ich komme hier ganz weg. LOL. Oh, Mann. Oh, komm ey, was sollen wir denn da machen? Ich kann gar nichts machen. Ich kann gar nichts machen, Mann. Diese blöden, fetten Schweine. Jetzt packen wir's. Okay, okay, okay. Die geht noch am Boden. Das ist richtig, Bobby. Es ist Zeit für eine andere Runde von Professor Genki's super-ethical-reality-Klimax. So far, Miss Kompass, und es ist ziemlich gut, Zach. Well, this will be the toughest arena so far for the Saints Capo. More space, more mascots, more traps. Oh, fünfmal, geil. Nice. Aber das war's. Oh, wow. 3,5fach, vierfach, vierfach, 4,5. Hier ist noch ein Geschenk. Nehm's mal. Granaten. Den ersten Diegen mache ich hier mit der Granatenblatt. Und dann holen wir gleich ab. Oh, nein, ich versuch's, ich versuch's, aber der haut mich hier zu klumpen. Komm, lass uns durch hier, wir haben's geschafft von den Punkten her. Exit, exit, exit. Oh, der Digger hat mich. Der ganz viel rennen. Ich hab doch leer-Taste gedrückt, äh, ja. Ich hab Leben und es geschafft. Ich geh ins Ziel, okay? Oh, es geht noch ewig weiter, es geht noch ewig weiter. Oh, das ist ein bisschen roten Glück. Ich wünschte, wir hatten Insta-Replay auf dem. Das ist, was die Fans payen, um zu sehen. Oh, Mann, da ist ja noch einer, ey. Bitte das Ziel hier sein, das Ziel, 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 Ziel. Das ist wieder volles Live. Boah. Ah, diesmal war's wirklich nicht so einfach. Ich hab's auch nicht drauf geachtet. Ich hab bloß jetzt auf dein Leben geachtet, dass ich drin stand. Oh, ganz ordentlich. Ziehen sich diese 49% Bezirkskontrolle auf die ganze Stadt oder nur auf den Bezirk? Ich glaub, fast auf die ganze Stadt, ne? Das geht aber so langsam hoch. Oh, ich hab schon wieder so viel Geld. Ich muss erstmal kurz hier Verbesserungen reinschauen. Nun gibt's leider noch nix Neues. Munition. Munition, Pistole. Ach komm, 1750. Kostet fast nix. Ah, das kann natürlich weiter upgraden. Natürlich. Aber das müssen wir sowieso mal upgraden. Das wird dringend Zeit dafür, dass wir mehr Munition mit uns haben. Das muss ich da und so... Keine Munition mehr haben. So. Was haben wir hier noch? Sprotflinte-Munition. Ah, hier ist man muss mal neu runter scrollen. Kiech deinen Arsch auf mein Bike! Ich mach jetzt alles mal auf Stufe 2. An Munition. Dann hab ich 50% mehr Munition dann. Wenn ich sie mal voll habe. Dann gucken wir mal auf die Map. Der Bereich hier ist jetzt sauber. Wir müssen jetzt in den nächsten. Ich glaube, wir werden den Rechten hier mal aufsuchen. Ich hab da schon ein Gebäude... Oh! Das Gebäude kostet 50.000. Ich hoffe, so viel hast du noch übrig. Nee, hab ich nicht. Echt nicht. Schade. Ja gut, dann müssen wir hier die Aktion machen. Die ist auch im nächsten Gebiet.